Wir kommen zum Höhepunkt. Ich freue mich ganz besonders, dass mit Professor Peter Sloterdijk, einer der wichtigsten zeitgenössischen Philosophen, für den Festvortrag der Akademischen Jahresfeier dieses Jahr gewonnen werden konnte. Wir wollten ja nicht nur die Innenansicht hier auf dem Jahrestag wiedergeben, sondern wir wollten auch Raum und Platz schaffen für externe, für hochkompetente, externe Sichtweisen, die auch mal Kontroversitäten hier an der Universität vorbringen können. Da ist genau Herr Sloterdijk die richtige Person dafür. Die von ihm in einzigartiger Weise repräsentierten kritischen Fragen und zukunftsweisenden Antworten innerhalb des Kräftefeldes von Wissenschaft, Politik und ich würde auch sagen Hochschulpolitik, Wirtschaft und Gesellschaft gaben den Anlass dazu, ihn gerade als Festredner vorzuschlagen. Peter Sloterdijk ist Professor für Philosophie und Medienteorie, Gastdozenturen in New York, Paris, Zürich, da streichen seine internationale Standing. Zudem ist er auch Rektor der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Er vertritt somit die Perspektiven des Wissenschaftlers, als auch des Hochschulmanagers und Hochschulstrategen. Darüber hinaus ist er freier Schriftsteller und Autor viel beachteter Veröffentlichungen. Besonders eine seiner jüngsten Buchveröffentlichungen, Scheintot im Denken von Philosophie und Wissenschaft als Übung, bietet eine im Hochschulkontext inspirierende Analyse des Wissenschaftsbetriebes und des wissenschaftlichen Tuns. Sloterdijk ist Träger der Ernst-Robert-Kurtius-Preises und des Friedrich-Merker-Preises. Er erhielt den Christian Kellerer-Preis für Zukunft philosophischer Gedanken, den Sigmund Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa. Die Französische Republik verlieh ihm die Ehrenwürde des Kommandeurs de l'Ordre et serts et de l'Ettris. Aber wahrscheinlich muss ich Herrn Kollegen Sloterdijk gar nicht so detailliert vorstellen, weil sie ihn regelmäßig bei erfernsehen in das heimische Wohnzimmer holen. Gemeinsam mit Rüdiger Lafanski leitet er ja das philosophische Quartett, das ein oder andere sicherlich von ihm gesehen hatte, am ZDF ausgestrahlt wird und diskutiert mit wechselnden Gästen über aktuelle gesellschaftliche, virulente Themen. Will nur exemplarisch einige Sendungstitel nennen, die Bezüge zur wissenschaftlichen Arbeit an der Universität Bayreuth haben. Zum einen arm, aber sexy, die Zukunft der Städte. Erholen, ich glaube, das bezieht sich nicht auf Bayreuth. Ich glaube, das bezieht sich auf Berlin. Darauf war das bezogen. Irrationale Finanzwelt, das Gespenst des Kapitals, auch ein sehr aktuelles Thema und Sturm der Geschichte, sind Gesellschaften lernfähig. Wir können von dem Festvortrag mit dem Titel Die akademische Differenz zur Frage nach dem wahren Ort von Forschung und Lehre somit eine multiperspektivische und in ihrem Facettentum Reichtum Facettenreichtum inspirierende Darstellung erwarten, die ich mich persönlich besonders freue. Herr Slatterjk, ich habe ja heute Morgen schon einen Ihrer Vorträge gehört. Erschwerst beeindruckt, wie ich es in meiner Sprache immer so ausdrücke. Ich freue mich ganz besonders auf Ihren Vortrag. Herr Slatterjk, vielen Dank fürs Kommen. Meine Damen und Herren, ich freue mich immer sehr, wenn ich in Anwesenheit eines amtierenden Rektors eine Rede halten darf, weil ich dann das aussterbende Wort Magnifizenz endlich einmal benutzen darf. Magnifizenz, Herr Oberbürgermeister. Es ist mir eine Ehre und ein Vergnügen, zu diesem Festtag einige Überlegungen beisteuern zu dürfen, die so etwas wie den Gründungsmythos der europäischen akademischen Institutionen vergegenwärtigen sollen. Das Wort Dies Akademikus hat es auf mehrfache Weise in sich. In meinem Gedächtnis hat sich da nur ein Knoten gebildet, nämlich im Zusammenhang mit der Lebensgeschichte unseres fachspezifischen Großmeisters Immanuel Kant gibt es eine interessante Episode, die sich auf den Dies Akademikus der Universität Königsberg in den 80er, 90er Jahren des 18. Jahrhunderts bezieht. Kant hatte die Gewohnheit, gemeinsam mit den Kollegen der Fakultäten seiner Hochschule, übrigens auch mit den Studierenden, die damals noch so eine dicht geschlossene Kooperation bildeten, ein wenig anders als hier, wo ich vielleicht die Anzahl der studentischen Repräsentationen auf etwa 1% einschätzen dürfte. Was übrigens vor dem Hintergrund einer amerikanischen Universität etwas seltsam wäre, wenn man sich vorstellt, dort beginnt ein Semester oder ein Studienjahr und am Commencement Day sind die Studenten nicht da. Es ist eigentlich nicht ganz leicht verständlich. Immanuel Kant hatte die Gewohnheit nun in der Prozession mitzuziehen, im Talar, mit dem Barrett, wie es sich damals gehört hat. Im Übrigen hat die Deutsche Universität im Punkto Entritualisierung der Fakultäten bedauerlich weitgehende Fortschritte gemacht. Ich habe vor kurzem bei Promotionsfeiern in Warwick und in Nijmegen in Holland die Schönheit der alten akademischen Tracht nochmal persönlich bewundern dürfen. Im Übrigen ist es auch so, wenn man seine Frau dabei hat, kann man sehen, ob man noch in einer lebendigen Beziehung steht. Denn wenn sie einen Lachkrampf bekommt beim Anblick ihres Ehemannes in der Robe, dann können sie davon ausgehen, es funkt noch nicht. Immanuel Kant hatte die Gewohnheit bis an die Grenze der Kirchentür mitzugehen. Der Dies Akademikus wurde damals auch mit einem Gottesdienst verbunden. Und dann scherte er aus der Reihe aus und ging nach Hause. Und hat damit zum Ausdruck gebracht, dass sozusagen der freie Geist, der akademische Geist bis zu der Kirchentür an die akademische Solidarität gebunden ist und es keinen Gedanken daran gibt, diese Kooperation zu brüskieren. Aber das Gewissen, der Mensch, sofern er mit der höheren Welt dialogisiert, bleibt frei. Und diese Gewohnheit, an der Schwelle zur Kirche umzukehren, ist in gewisser Weise auch der Tradition des deutschen Idealismus inherent geblieben und gehört daher sozusagen zu den kostbaren Anekdoten der philosophischen Tradition. Lassen Sie mich noch ein Wort sagen zu diesem seltsamen Wort Dies Akademikus. Das Wort Dies vor allem hat es sehr in sich. Es gehört zu den sehr, sehr seltenen Worten, die im Lateinischen sowohl männlich als auch weiblich vorkommen. Das ist etwas sehr Merkwürdiges. Wie kommt ein Nomen zu einer solchen hermaphroditischen Definition? Die Deutschen haben die Sache vereinfacht, indem sie den Tag einfach als männlich erklärt haben, während die Römer in dieser Sache vorsichtiger waren und sozusagen genderbewusst die Tagesfrage diskutiert haben. Sie haben also nämlich die schlimmen Tage weiblich und die guten Tage männlich definiert. Deswegen haben wir hier einen Dies Akademikus, der übrigens auch in schöner Regelmäßigkeit wiederkehrend wird. Der weibliche Tag, der Tag, den wir übrigens aus der Kirchengeschichte kennen, eben ein bedrohlicher Tag ist, ein Tag von Blut und Staub und Asche. Sie kennen das aus der berühmten Sequenz des Thomas von Celano, die in die katholische Totenmesse eingegangen ist, Dies Irae, Dies Illa, Solvit Mundum in Favilla. An jenem Tag wird die Erde, die Welt in Staub und Asche gelegt. Wir halten einfach fest, der Dies Akademikus steht genderpolitisch gesehen auf der guten Seite. Die Erde wird nicht in Staub und Asche gelegt und der Tag ist männlich. Ich möchte über die Besonderheit unseres Daseins als Hominis Akademici einige Vergewisserungen anstellen, wobei ich Sie bitte mit mir gemeinsam eine Fantasieübung zu machen. Ich wende mich jetzt sozusagen an die hier nicht anwesenden Erstsemester. Es müssen ungefähr 1000 sein, die im bereuter Raum verstreut sind. Erstsemester, das sind jene zarten Seelen, die nach der Theorie der pädagogischen Tradition Wachstafeln gleichen, in die die Lehrenden ihre Siegel einprägen. Aber ich möchte diese Personen nun zu einer Teilnahme an einer nicht ganz alltäglichen Reflexion ermutigen. Ich möchte Sie nämlich bitten, mit mir gemeinsam auf die Frage einzugehen, wo sind Sie eigentlich hingeraten, als Sie dieses Haus betreten haben, beziehungsweise diesen Campus, wo sind wir eigentlich, wenn wir in einer akademischen Institution sind. Und das ist, wie ich noch zeigen werde, eine nicht einfach nur simple topologische Fragestellung, sondern es ist eine Frage, die an die Besonderheit des akademischen Ortes rührt, nennen wir sie eben gerade heraus die akademische Differenz. In allen, meine Damen und Herren, ist der Begriff der Utopie ein geläufiger Begriff. Wörtlich meint er einen Ort, den es nicht gibt, denn das Präfix U symbolisiert im Griechischen die Nicht-Existenz, die Absenz, die Unwirklichkeit. Wenn man nun aber Orte entwirft, die es nicht gibt und dort aber reales Leben hinein projiziert, so etwa wie es auch Plato schon in seiner Politeia getan hat, macht man von der menschlichen Einbildungskraft einen eng verwandten, mit der künstlichen Funktion eng verwandten Gebrauch. Denn durch das Erzeugen von Utopien reklamieren die Menschen Kraft ihrer Fantasie, das Recht, nicht nur hier zu sein im Realen, sondern auch anderswo. Bei helllichtem Tage benutzen sie die menschliche Traumkraft als die Fähigkeit, alternative Welten zu entwerfen. Es erübrigt sich darauf hinzuweisen, dass das utopische Denken seit dem 16. Jahrhundert in Europa eine große Blüte erfahren hat. Nicht zufälligerweise steht es ja im Zusammenhang mit dem wahrhaft erschütterten Erlebnis der Seefahrt, der Eröffnung des atlantischen Raums, überhaupt jetzt die Atlantisierung des Weltbilds. Und dass ein Großteil dessen, was im 19. und im 20. Jahrhundert Politik hieß, nichts anderes war als angewandter Utopismus, wissen wir inzwischen. Wir wissen ja so gut, dass wir gebrannte Kinder des übermäßigen Gebrauchs von utopischen Funktionen sind. Und so ist es zu begrüßen, dass im Laufe des 20. Jahrhunderts andere Arten des Nachdenkens über die Fähigkeit zugleich hier und anderswo zu sein eingesetzt haben. An erster Stelle ist dabei an einem bedeutenden, wenn auch wenig bekannten Vortrag des französischen Philosophen und Diskursanalytikers Michel Foucault zu erinnern. Foucault hat Ende der 60er Jahre unter dem Titel in andere Räume, des espaces autres, vor französischen Architekten eine kleine Rede gehalten, in die er einen Begriff einführte, der weithin aufhorchen ließ. Er benutzte damals zum ersten Mal den Begriff der Heterotopie, was so viel bedeutet wie Andersort oder Andersortigkeit. Anders als die Utopien sind Heterotopien Orte, die es tatsächlich gibt. Sie verkörpern räumlich situierte Andersartigkeit, die mit dem Kontinuum der gewöhnlichen, brossarischen, alltäglichen Situationen nicht im Einklang steht. Michel Foucault etwa zählt das Gefängnis auf, die Kirche, das Museum, das Hospital, das Archiv, das Schiff. Wir können, als andere Beispiele, die Deponie, die Hochsicherheitszone, den Friedhof und dergleichen Räume hinzufügen. Von all diesen Räumen strahlt eine gewisse Faszination in die Standardräume aus. Ich werde jetzt Argumente sammeln für das Argument, dass man den akademischen Raum, den Locus Academicus, ebenfalls als eine heterotopische Institution verstehen soll. Ich rede jetzt wieder zu den Erstsemestern. Ich bemühe mich, meine Worte so zu wählen, dass Sie bei einigem guten Willen nachvollziehen können, warum Sie beim Betreten dieses Raumes eine Art von heiligem Schauer empfinden sollten. Es gibt Menschen, die sind zwar zu verstockt, um dergleichen zu empfinden, oder denen es in diesen Räumen aus anderen Gründen schaudert. Aber ich gehe davon aus, dass Sie bereit und fähig sind, guten Willens also den besonderen akademischen Schauder zu empfinden und verstehen werden, warum dieser unabdingbar zum Geheimnis dieser Institution gehört. Dazu muss ich Sie leider einer Berieselung oder einer Bombardierung mit einigen Jahreszahlen unterzählen. Ich nehme dieses Wagnis auf mich und erzähle Ihnen eine Geschichte, an deren Ende die Gründung jener Institution steht, an der wir uns hier und heute noch immer aufhalten. Zunächst muss man wissen, dass das 5. Jahrhundert vor Christus im griechischen Teil des Mittelmeeres eine Krisenära gewesen ist. Das ist zwar die harmloseste Aussage, die man über einen Zeitraum treffen kann, aber in diesem Fall handelt es sich um eine Spezialkrise, um eine Krise mit großem schützerischen Potenzial. Damals war der Polyponesische Krieg im Gang, von dem Thucydides in den zahlreichen Büchern seines Geschichtswerkes berichtet. Es ist der erste 30-jährige Krieg der europäischen Geschichte. Er dauerte von 431 vor Christus bis in das Jahr 404. Auf dieses Jahr 404 werden wir gleich nochmal zurückkommen, weil es das eigentliche Schicksals- und Schlüsseldatum der politischen Geschichte Europas darstellt, an dem unmittelbar die Geschichte der späteren Akademie anknüpft. Zuvor ist aber noch das Jahr 427 vor Christus ins Auge zu fassen, in dem in Athen ein junger Aristokratensohn mit dem Namen Platon geboren wird. Seine ersten 24 Lebensjahre verbringt er, urgerichtig, in einer Periode, in der ununterbrochen Krieg herrscht. Er ist ein Kriegsjugendlicher, wie er im Buche steht. Nun in den 20er und 10er Jahre, bis Ende des 5. Jahrhunderts, fällt schließlich die Tätigkeit eines seltsamen Mannes, der die Gewohnheit hatte, in Athen, man kann es nicht anders ausdrücken, herumzulungern und die Passanten in bizarre Gespräche zu verwickeln. Wir haben verstanden, ich spreche von niemand anderem, als von Sokrates, den man in äußerer Ansicht zunächst einmal nur als eine Art Edelstaatstreicher bezeichnen sollte. Mit ihm beginnt die Tradition der urbanen Philosophie. Es gab zuvor nicht-urbane Formen der Philosophie, diese ähnelten aber mehr noch dem Schamanismus oder dem Rhapsodengesang und nicht so sehr einer diskutierenden Kunst. Diese vorphilosophischen Philosophen praktizierten den schamanischen Zauber allerdings eben auf ländlicher Basis, während mit dem Einzug der Philosophie in die Stadt der Schamanismus verblasst und das Argumentieren die Oberhand gewinnt, ohne dass das Zaubern freilich jemals ganz aufgehört hätte. Man könnte eigentlich summarisch sagen, die Philosophie entsteht, wenn der Schamanismus gezwungen ist, sich unter städtischen Bedingungen ausüben zu lassen. In den 20 Jahren der sokratischen Tätigkeit entsteht nun in Athen eine neue Idee von gegenseitiger Provokation durch intellektuelle Gespräche. Man muss sich Sokrates als eine Art von Schachspieler vorstellen, der sich für uns schlagbar hält und ständig auf der Suche nach geeigneten Gegnern ist, die er matt setzen kann. Die Philosophie und die Wissenschaft beginnt also gewissermaßen als ein Belästigungsspiel zwischen Bürgern, die stolz genug sind, um keiner Herausforderung auszuweichen. Michel Foucault hat in seinen geistreichen Kommentaren zu der spezifischen Form griechischer Männlichkeit den Begriff der Parésia stark hervorgekehrt. Parésia, was man eigentlich bedeutet, alles sagen, galt oder freimütige Rede, galt in Athen als eine hohe Tugend und die besagt, dass derjenige nur ein Mann ist, der alles sagt, was er denkt und der keine Angst vor seinen eigenen Gedanken und ihren Folgen hat. Parésia bedeutet einen hintergedankenfreien Raum betreten, indem man dem Rivalen im Gespräch die Herausforderung der eigenen Meinung vor die Füße wirft. Und wenn er ein Kerl ist, muss er ruhig halten und die Herausforderung annehmen und nicht bis zu Ende anhören. Unter dieser Voraussetzung konnte sogar ein zweiter, ich verwende das Wort noch einmal, ein zweiter Edelstadtstreicher, nämlich Diogenes von Sinope, den damals schon für seine ausufernde Rauflust bekannten Alexander seine berühmt gewordenen Provokationen vor die Füße werfen. Man sagt nun einmal Fürsten, Söhne nicht, die mögen einem aus der Sonne gehen. Und Alexander musste stillhalten, weil es unter den griechischen Männern einen Kontrakt gab, dass man alles aushält, was der andere sagt, um dann auf der Basis dieser Provokation eine geeignete Replik zu entwickeln. Und nur von diesem Hintergrund, im Grunde ist das eine Übertragung des Athletismus in die logische Sphäre. Und nur von diesem Hintergrund ist zu verstehen, warum der Mächtige dem Nichtmächtigen überhaupt Rede und Antwort stehen musste. Und Sokrates fiel nun eben dadurch auf, dass er dieses Spiel mit großer Virtuosität betrieb. Die Väter jener Zeit, die an ihrer eigenen Erziehungskompetenz zu zweifeln begannen, verstanden sich allmählich dazu, ihre Söhne, diesem merkwürdigen Mann, auszuliefern. Nicht nur ihm, sondern auch eine Reihe anderen, denn damals begann ja diese seltsame Kunst, die heute noch unter dem Namen Pädagogik praktiziert wird, was man so viel wie Kunst am Kinde etwa übersetzen sollte. Nach 30-jähriger Kriegszeit ist es aber nur plausibel, dass die Institution der Vaterschaft Schaden leidet. Und die Väter müssen einsehen, ihre eigenen Söhne nicht mehr zu verstehen. Das ist überhaupt das Gesetz der Hochkultur, dass die Eltern es mit unähnlichen Nachkommen zu tun bekommen und dass daher diese schreckliche Geschichte beginnt, die wir heute mit dem Begriff Innovation uns schön zu reden versuchen. Und in dieser Situation bleibt den Vätern nichts mehr übrig, als ihre Kinder einen berufsmäßigen Kinderversteher auszuliefern. Wie gesagt, daraus entsteht die Zunft der Pädagogen. Sokrates, der übrigens auch an einigen Schlachten des Peloponnesischen Krieges teilgenommen hatte und der Soldatisch seinen Mann gestanden hatte, fiel nun außerdem durch eine seltsame Tätigkeit auf, die für seine Zeitgenossen von einer Aura der Unheimlichkeit umgeben war. In Athen erzählte man sich, und man beobachtet es gelegentlich auch mit eigenen Augen, dass es da einen Mann gibt, der offenbar von einem Dämon besessen ist. Das sokratische Dämonion, das Teil des athenischen Stadtgesprächs geworden war, manifestierte sich vor allem in der eigenartigen Angewohnheit des Sokrates, bei seinen aktuellen Verrichtungen manche plötzlich innezuhalten. Er blieb gelegentlich plötzlich stehen und versank in das, was man wohl tiefes Nachdenken nennen muss. Er dachte so tief nach, dass jeder Beobachter, auch wenn er die Gedanken des Sokrates nicht lesen konnte, merken musste, in diesem Mann geschieht eine seltsame Alchemie und für die ist es wohl ratsam, den Begriff Denken zu verwenden. Angeblich stand da einmal, Xenophon überlegte diese Anekdote während eines Heerlagers, fast 24 Stunden lang, wie festgewurzelt an der Stelle und war in ein Problem versunken und hörte dabei eine innere Stimme. Und das beeindruckte schon seine Zeitgenossen so sehr, dass sie die Empfindung hatten, wer denkt, ist anderswo. Und in der äußeren Beobachtung fällt auf, diese Art von Absorption, die wir Denken nennen, wird begleitet von einer subtilen, hochspezifischen Form der Asozialität, die sich dadurch entwickelt, dass der spezifisch Denkende, der authentisch Denkende, der nicht nur assoziierte, der authentisch Denkende, die Erfahrung macht, dass einzelne Sätze miteinander enger zusammenhängen als der Denkende mit seiner Gesellschaft. Kein normaler Mensch gibt zu, dass man B sagen muss, wenn man A gesagt hat. Das machen nur denkende Menschen. Denn in freier Wildbahn kann auf A alles Mögliche folgen. Das muss nicht B sein. Im Bereich des Denkens ist die Konklusion vorgezeichnet und nur derjenige, der auf diese Straße der logischen Evidenz gefunden hat, kann dieses Gehen von Gedankengängen in seinem Inneren erleben. Und dabei treten Kohärenzerlebnisse auf, die von einer solchen Intensität sind, dass sie gewissermaßen für die Dauer des Denkens die Verbindung zwischen dem Denken und seiner Mitwelt unterbrechen und ihn gewissermaßen in ein nobles Anderswo entrücken, in welchem er eben, wie man so sagt, bei der Sache ist. Und dieses bei der Sache sein verlangt nach einem Gehäuse, einem spezifischen Gehäuse. Plato berichtet uns in seinem eigentlichen Meistertext, in dem Symposium, in der Einleitung zu der eigentlichen Auseinandersetzung der Männer bei diesem Gelage, dass Sokrates sich zu dieser Veranstaltung verspätet hat, weil er in der Toreinfahrt des Nebenhauses plötzlich zu denken begonnen hatte und stehen blieb, und Stunden zu spät kam. Er war auch da. Plato macht das mit vollem Bewusstsein, dass er diese Episode, diese Denk-Episode, diese Paralyse durch das Daimonium vor den gesamten Dialogprozess stellt, weil er diese Einstrahlung von anderswo her als eine so bedeutende ansieht, dass man die Geschichte nur so eröffnen darf. Und deswegen hat ein Agathon, der das Bett neben sich war, bevor die Akademie das Sitzen und das Stehen eingeführt hat, war auch das Liegen eine noble Attitüde, die für das Denken geeignet schien. Agathon lädt dann eben den Sokrates ein, sich auf das Freibett neben ihm inzulegen, damit er was abbekommt von der Weisheit, die er zweifellos in der Toreinfahrt nebenan gerade eben neu erworben hat. Woraufhin Sokrates die erste echte Pädagogenantwort gibt, indem er sagt, ach, wenn das so wäre, dass die Weisheit aus dem einen hinüberläuft in den anderen wie das Wasser durch einen Wollfaden aus einem vollen Gefäß in ein leeres Gefäß, dann wären wir alle sehr viel weiser. Aber diesen Satz legt dann Plato aus in einer Weise, die ich jetzt gleich noch ein wenig weiter entwickeln will. Und die von Plato später gegründete Akademie, so behaupte ich, die erste Schulanstalt der europäischen Tradition war im Grunde nichts anderes als ein Gehäuse, in der diese sokratischen Absenzen in geregelter Form abgewickelt werden sollten und zwar in Gemeinschaft mit anderen. Im akademischen Raum haben wir diese Absenzen in Gespräche verwandelt oder in Diskurse, wie Michael von Co. sagt, wir befinden uns in einer gemeinsamen Absenzen gegenüber der Agora, gegenüber der Familie, gegenüber dem Heukos, dem Haus, in dem die Töpfe klappern und die Kinder schweilen. Und wenn Sokrates nun dastand, wie versteinert, für keine menschliche Ansprache erreichbar, schlichen die Athener um ihn herum und sahen ihn an und witzelten, Sokrates ist bei den Kreisen, er ist bei den Quadraten, er ist bei der Winkelsumme im Dreieck, er ist bei dem Begriff der Gerechtigkeit, er ist bei dem Begriff des Guten, bei dem Begriff des Schönen, er ist bei dem Begriff des Einen, bitte nicht stören. Und das alles entstand, auch dieser akademische Geist entstand, da profilierte sich in der Atmosphäre städtischer Spottlust. Aber um zu begreifen, wie aus dieser zwischen Männerironie und Männerstolz aufperlenden athenischen Gossipkultur eine eigene Schulgründung hat entstehen können, müssen wir diese Geschichte um eine Nuance weiterentwickeln und hier lenken wir nun den Fokus von Sokrates weg und blicken die weitere Entwicklung seines bekanntesten Schülers an. Im letzten Jahrzehnt des 5. Jahrhunderts ist in Athen die Demokratische Partei an der Macht. Plato hat zu diesem Zeitpunkt ein Alter zwischen 15 und 20 Jahren erreicht. Er ist alt genug, um zu begreifen, was in dieser Stadt geschieht. Er versteht, dass die Anhänger der sogenannten Demokratischen Partei seine Heimatstadt immer wieder durch rhetorische Übungen so weit aufhetzen, dass es in dem unheilvollen Krieg gegen Sparta eine Runde und noch eine und noch eine Runde weitergibt. Im Jahr 404 vor Christus, ich habe dieses Datum vorher schon erwähnt, kommt es dann zur Katastrophe Athens. Die spartanische Armee marschiert in der Stadt ein und beendet die Geschichte der athenischen Demokratie. Allerdings kommt es nicht zu einer förmlichen Besatzung. Was die Spartaner hinterlassen, ist ein Diktatorialregime, das die machtdurstigsten Männer in der Gegend zusammenruft. Insgesamt sind es 51 Personen, die als innere Kollaborateure ein spartanisches Protektorat in Athen einrichten, helfen sollen. Elf davon ziehen sich in die Hafenstadt von Athen in den Piraeus zurück, die zehn amtieren in den Vororten, 30 bleiben in der Stadt selbst und üben dort über ein Jahr lang ein Schreckensregime aus, das in der Geschichte Griechenlands seinesgleichen nicht hat. Hier betritt der Terror den Boden Europas. Aber bald darauf, nicht ganz ein Jahr danach, im Jahr 403 von Christus, kommt es zu einer demokratischen Gegenrevolution, die zur formalen Wiederherstellung der Demokratie führt. Und diese Episode ist unter dem Namen Diktatur der 30 in die Geschichtsbücher eingegangen. Mitglieder der nun wieder an die Macht gelangten demokratischen Partei verfallen jetzt auf die Idee zu behaupten, dass unter den verhassten Diktatoren diese 30 in der Gruppe der 30 einige Schüler des Sokrates eine unrühmliche Rolle gespielt haben. Man wirft also ihm vor, erzieherisches Versagen verschuldet zu haben. Man beschuldigt ihn, ein Cattivo Maestro gewesen zu sein. Ein Vorwurf, mit dem er heute noch in Italien und anderswo konfrontiert werden kann, wenn man schlechte Schüler hat oder von seinen eigenen Schülern nicht richtig verstanden wird oder wenn man Schüler hat, die Banken ausrauben und Bomben legen. Unter anderem bekommt unser Zeitgenosse Antonio Negri diesen Vorwurf in seinem Heimatland regelmäßig zu hören. Nun, Sokrates wird angeklagt, die Jugend Athens verdorben zu haben und in eigener Sache wird er der Asibaya, also der Gottlosigkeit bezichtet. In dem Jahr 399 vor Christus kommt es dann zu jenem Prozess, der mit dem Austrinken des Schierlingsbechers endet und der die Urszene der europäischen Philosophie-Tradition beinhaltet. Mit seinem Tod nämlich vollzog Sokrates eine Sterbepantomime, die zum ersten Mal anschaulich bewies, dass Philosophen ähnlich wie die Militärs den Tod aus dem Register des Müssens in das Register des Könnens übersetzen. In anderen Worten, der Philosoph erwirbt, indem er eine Performance der Todesüberwindung, das ist eine Sache des Christentums gewesen, aber doch immerhin eine der Todesaneignungen vorführt, eine Art von transzendenter Autorität und wird zur Gründerfigur einer beispiellos neuartigen Tradition. Und diese Umwandlung des Todes vom Müssen ins Können hat die Griechen tief beeindruckt, so tief, dass noch Johannes, der griechische Autor des vierten Evangeliums im Neuen Testament, die sokratische Athletisierung des Todes auf Christus übertrug. Bei den synoptischen Autoren Markus, Matthäus, Lukas findet sich unter den Worten des Erlösers am Kreuz nichts, was dem Ausspruch gleicht, den der griechische Evangelist einführt. Denn bei Johannes heißt das letzte Wort Jesu, die Theologen hier, wir haben keine theologische Fakultät in der Welt, Architektionswissenschaften, ja, aber die beschäftigen sich glaube ich mehr mit dem Muschelgeld, nicht? Ja, aber, das ist die Äthnologen, es heißt darum, das letzte Wort Jesu heißt im griechischen Telestai, was auf Lateinisch mit Konsumatum erst übersetzt wird und was unsere deutschen Bibel übersetzt hat, mit es ist vollbracht wiedergegeben. Das ist leider ganz falsch aufgefasst, denn richtig muss es heißen, es ist geschafft. Es handelt sich nämlich um einen Athletenausdruck, es ist ein Wort, das aus dem Stadion kommt. So wie ein Marathonläufer, wenn er über die Ziellinie geht, oft seine eigene Stoppuhr drückt, obwohl vor alle Augen die Zeit offiziell angezeigt wird, so spricht er auf griechische Weise Gekreuzigte im letzten Moment ein Siegerwort aus, ein Wort, das aus der athletischen Sphäre stammt. Man muss nun dies wissen, um zu verstehen, woher das ungeheure Ansehen der Institution, Akademie in der alten Welt schon gekommen ist. Sokrates, letztes Wort, war bekanntlich nicht der Telestai, sondern er sagt, wir sind dem Asklepios, einen Hahn schuldig. Ein Wort, das Nietzsche, wie Sie wissen, sehr anstößig fand. Asklepios, der Gott der Heilkunst war und der Satz, wenn man ihn im Klartext wiedergibt, bedeutet, ich genese jetzt von der Krankheit des Lebens. Darin hat Nietzsche die Geburtsstunde des europäischen Nihilismus erkennen wollen, die sich in der Geschichte der Metaphysik entfaltet. Das ist eine problematische Deutung, die aber sehr viele Folgen nach sich gezogen hat. Die Gründung dieser Akademie, von der ich eben sprach, lässt noch eine Weile auf sich warten, denn der junge Platon verfällt nach dem Tod des Sokrates in eine zehnjährige Depression. Er weist nicht mehr ein noch aus, bis er sich darauf besinnt, was er von seinem Meister den Auftrag gehalten hatte, die Ehre dieser merkwürdigen Absencen, die zur Philosophie führen, zu rächen. Im Jahr 388 vor Christus begibt er sich auf eine Reise, die ihn nach Sizilien führt. Dort lernt er den Tyrannen Dionysos den Ersten kennen. Von ihm nimmt er einen so schlechten Eindruck mit, dass er noch später bei allem, was ihn an Dionysos erinnert, nervös zusammenzucken wird. Das hat insofern große Folgen, weil er sich nach seiner Rückkehr dann vollends abwendet und seiner jugendlichen Begeisterung für das Theater. Das Athenische Theater war bekanntlich dem Gott Dionysos geweiht und war eigentlich der Ort, an dem die griechische Kultur so eine Art Solloffenbarungsstelle eingerichtet hatte. Alle Kulturen besitzen Orte, an denen die Wahrheiten sich zeigen können. Man könnte sozusagen, es sind epiphanische Fenster eingerichtet in jeder Kultur, die den Göttern eine Chance geben, den Menschen Zeichen zu geben. Das war bei den Griechen sehr stark mit dem dionistischen Theater verknüpft. Plato kehrt diesem Dionysos-Kult den Rücken und richtet, indem er seine Akademie gründet, eine neue Stelle, ein gewisses neues epiphanisches Fenster, durch welches hindurch jenseitige Wahrheiten Menschen erreichen könnte. Auf der Rückreise von Sizilien macht er Stationen in dem süditalienischen Crotone und besucht dort die erste Wohngemeinschaft Europas, die aus merkwürdigen Menschen besteht, deren Beschäftigung sich im Wesentlichen sozusagen aus Zahlenstudien und heute würde man sagen biologisch dynamischem Landbau besteht. Die Rede ist von der Pythagoreischen Gemeinde, die von dem gleichnamigen Philosophen gegründet worden ist, dem ersten Vegetarier Europas. Pythagoras polemisierte bekanntlich gegen das Fleischessen mit der Begründung, dass Rind sei der nächste Verbündete und Arbeitsgefährte des Menschen, weshalb Rinderessen und Menschenfresserei auf dasselbe hinaus kämen. Sein Argument, das sich weder in die USA noch bis nach Argentinien ausgebreitet hat. Aber in erster Linie sind die wenigen Dutzend Männer und Frauen der Pythagoreischen Gemeinde, hier treten übrigens auch Frauen in diese Sphäre ein, die später die Akademische heißen wird, diese Männer sind eingeschworen auf ein Leben, das sich der Meditation über das Mysterium der Zahl gewidmet hat. Diese versuchen in ihren Meditationen nicht weniger als die mathematische Partitur des Universums zu ergründen. Und um dieses Ziel, des Willen, leben sie enthaltsam und meiden auch den Genuss von Bohnen. Einmal sollen sie ein Mitglied ihrer Gemeinde getötet haben, weil es versucht hatte, die Wurzel aus zwei auszurechnen. Und die dabei entstehende irrationale Zahl kam in ihren Augen eine Art mathematischer Wurzlästerung gleich. Sie waren nicht durchwegs friedfertig, aber im Wesentlichen stille Meditierer und gehören unter diesem Gesichtspunkt in die Vorgeschichte unserer Institution. Plato ist von seinem Aufenthalt bei den Pyligareern so begeistert, dass sich seine lange Depression, die durch die schlechten ziziganischen Erfahrungen eher noch vertieft worden war, in eine leise Euphorie verwandelt. Er kehrt nach Athen zurück mit einer Idee, von der man sagen darf, sie sei wahrhaft Epoche machen gewesen. Plato hatte begriffen, dass man eine Enklave dieses Typs mitten in die Stadt implantieren musste. Peter Greer hat mit ihren mathematischen Studien vollkommen recht. Sie waren die ersten Revolutionäre aus dem Geist der Kontraintuition. Anschauung kannst du vergessen, für den Mathematiker ist die Welt ein bunter Schleier, der vor einer tiefen Struktur aus Zahl und Struktur ausgebreitet ist und das ist die Wirklichkeit. Die Zahlen sind wirklich die Erscheinungen sind zweitklassig. Es ist dieser Putsch gegen die gewöhnliche Weltauffassung, der die eigentliche Geschichte der Wissenschaft beginnt und bis auf den heutigen Tag ist Wissenschaft die Entfaltung der kontraintuitiven Revolution gegen den sogenannten gesunden Menschenverstand gewesen. Und Plato's große Intuition war, die Pythagoreer haben ja in allem Recht. Sie tragen diese kontraintuitive Revolution voran, ohne die man Wahrheit in Zukunft nicht mehr definieren können. Aber sie haben der Form nach Unrecht, weil sie sich außerhalb der Stadt angesiedelt haben. Das hätte man vielleicht auch in Bayreuth überlegen können, bevor man den Campus so weit draußen anlegt. Aber es ist glaube ich hier ein glücklicher Kompromiss gefunden worden, denn ich werde in einigen Bemerkungen über die Topologie der Athenischen Akademie eigentlich genau das Bayreuther Modell antizipiert finden. Kurzum, er sagt, diese Studiengemeinschaft, diese Gegengesellschaft von Zahlenfreunden, die muss in der Stadt implantiert werden und von dort aus müssen wir versuchen, der Stadt auf andere Weise die Wahrheit zu sagen. Und er kommt also wieder nach Athen zurück mit einem germanischen Auftrieb von solcher Schwungkraft, dass er bereits im nächsten Jahr die sogenannte Akademie eröffnen kann. Im Jahr 387 vor Christus, das ist die Zahl, die wir uns eigentlich einprägen sollten, das ist das heilige Datum für die Angehörigen des akademischen Raumes, beginnt der Lehrbetrieb der Akademie. Also 387, wir haben einen anderen Kalender Post Akademie am Fundata. Da beginnt der Lehrbetrieb der Akademie und deren Gebäude lagen nicht direkt im Stadtzentrum Athens, sondern ein paar Stadionlängen davon entfernt im Hain eines Lokalgottes namens Akademus oder Hekademus, der der Institution den Namen gab, wobei man bis heute nicht genau weiß, wofür er eigentlich gefeiert wurde. Plato hat sehr gut daran getan, diesen heterotopischen Ort in einer gewissen Entfernung zu Agora zu platzieren und zwar nicht deswegen, weil die Akademiker sich von der Gesellschaft ganz fern halten, sondern im Gegenteil. Sie sollen ihr sehr viel zurückgeben und sie tun das auch, aber sie tun es in einer Weise, die die Gesellschaft zunächst und zumeist nicht begrüßt. Denn die Gesellschaft, und das ist Platons unsterbliche Erkenntnis, weiß eigentlich gar nicht, was sie wollen soll und wollen kann. Und seit den platonischen Tagen streiten die Gelehrten mit den Profanen darüber, was richtiges Wünschen überhaupt bedeutet. Die Akademie ist so gesehen eigentlich nichts anderes als ein Ausbildungslager, in dem logische Dissidenten herangezogen werden. In eine echte heterotopische Institution ist die Akademie eben aus dem Grund, weil in ihr Güter beheimatet sind und gepflegt werden, die anderswo kein Obdach haben. Sie ist ein Gehäuse, in dem sowohl pythagoräische Erfahrungen, das heißt, die zu dem Durchgriff auf die mathematischen Strukturen in geregelter Weise wiederholt werden und eben auch die sokratischen Absenzen, die in einer gewissen psychologischen Kohärenz mit den eigentlich rechnerischen oder mathematischen Überlegungen stehen. Und beides bringt Plato nun mit einem neuen erotischen Spiel in Verbindung, indem er den städtischen Eros und den städtischen Thymus, also die triebhafte Seite des Menschen, die stolze Seite des Menschen, den Geltungstrang der jungen Leute, ausnutzt, um sie in einen Wettbewerb des Lernens und Lehrens zu verwickeln. In der älteren Akademie galt ja nach wie vor ein Prinzip sozusagen des persönlichen Rapports, zwischen Lehrenden und Lernenden Studien waren, wenn man so will, strukturierte Liebesgeschichten, Erastes, Romainos. Ich brauche die Hinweise auf dieses wundervolle Thema aus dem Symposium Platos hier nicht zu rekapitulieren. Und Plato schafft auf diese Weise einen Ort, an dem die Grundregel des Friedens der Argumente zu gelten hat. Der akademische Pazifismus bedeutet, dass man sich innerhalb der Mauer und der Akademie die heftigsten Streitigkeiten liefern kann, weil über diesem Raum als solchem eine kategorische Friedensregel liegt. Man könnte sagen, in dieser Epoche, das heißt also in dieser Distanzierung von den gewöhnlichen Lebensreflexen können sich die Menschen von ihrem profanen Dasein distanzieren und sich Zeit für sich selbst nehmen und für die Wahrheitsfindung nehmen. Der Homo Academicus lebt in einem Asyl der Wahrheit und realisiert die Pax Akademica. Meine Damen und Herren, es ist hier nicht der Ort, die Geschichte der akademischen Institutionen in Ausführlichkeit zu erzählen. Es ist nur wichtig, sich daran zu erinnern, dass Platos Gründung als tausend Jahr lang Bestand hatte. Zuerst 300 Jahre lang in reiner Kontinuität bis zur Zerstörung Athens durch den römischen Feld Herrn Sulla und unterrichtet die ersten 300 Jahre ganz kontinuierlich. Nach der Sulla-Zäsur kam in Athen über noch einmal mehr als 500 Jahre hinweg ein neuer Lehrbetrieb in Gang, der freilich nicht mehr ganz den Glanz der alten Akademie zu erreichen vermochte. Immerhin waren die Angelegenheiten der Professorenberufungen in Athen von solcher Bedeutsamkeit, dass einzelne Fälle bis nach Rom reportiert worden sind. Daher kommt dieser berühmte Bart-Entscheid eines römischen Kaisers, da war ein junger Dozent als Lehrer vorgeschlagen worden, der hatte noch keinen Bart und der Kaiser selber musste entscheiden, ob er zum Lehramt zugelassen werden soll oder nicht. Also man sieht, die Römer waren an dem Treiben dieser Grekuli doch durchaus noch leidenschaftlich interessiert. Im Übrigen hat ja eben das Koine Griechisch die eigentliche Reichssprache ausgemacht und es wäre ein Irrtum zu glauben, die Römer hätten Lateinisch gesprochen. Es ist bezeichnend für die Attraktivität dieser Institution, dass sie im Jahr 529 nach Christus durch einen christlichen Kaiser gewaltsam geschlossen wurde. In einem Zusammenhang, der sich vor dem Hintergrund des eben Gesagten schon leichter verstehen lässt, denn der Kaiser Jürgen Jan war selbstverständlich davon überzeugt, dass inzwischen die Kirche und nicht die Akademie das eigentliche epiphanische Fenster ist, durch welches Menschen die wesentlichen Warenheiten empfangen. Er argumentierte dabei ganz konsequent, die Akademie ist ein Ort schädlicher Renundanz. Er benutze vermutlich auch schon das berühmte omaristische Argument, das wir aus dem Zusammenhang mit der Verbrennung der Bibliothek von Alexandria durch muslimische Eroberer kennen. Oma soll damals gesagt haben, die Verbrennung dieser Bücher ist vollkommen gerechtfertigt, denn wenn sie mit dem Koran übereinstimmen, sind sie überflüssig, wenn sie nicht mit ihm übereinstimmen, sind sie schädlich. Auch der Koran wurde hier in seinem eigenen Kulturzusammenhang als eine Art von epiphanischem Fenster in dieser Funktion in Anspruch genommen, mit Konsequenzen für die Bildungsgeschichte dieses Raumes, über die wir uns bis heute den Kopf zerbrechen. Für all diese Epochen war aber bedeutsam, dass sie in ihren Bildungsinstitutionen eine andere Art der Zeitordnung pflegten. Akademien und Universitäten waren stets Brutkästen, in denen langsame Bildungsprozesse beheimatet waren. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass es nach einer tausendjährigen Pause, nach der Schließung des Jahres 529, fast tausend Jahre gedauert hat, bis die Idee der Akademie, im griechischen Sinn des Wortes, bei den Medici in Florenz wieder aufgenommen wurde. Damals wurde auch die Idee des Stipendiums auf europäischem Boden neu geboren. Cosimo von Medici gab damals seinem jungen Protégé im Massilio Refricino den Auftrag das Corpus Hermeticum neu zu übersetzen, weil man sich aus dem besonders Herrschaftswissen zu gewinnen versprach. Und danach kam dieses Epochenprojekt, das zum Lateinischen Plato geführt hat, die Übersetzung des ganzen Corpus Platonicum. Dafür wurde er gut fundiert und wir Akademiker träumen alle noch heute von einem neuen Cosimo, der uns die Villa zur Verfügung stellt, in der solche Arbeiten ausgeübt werden können und ich konnte mich eigentlich nicht ganz dessen enthalten, dass Herr Bormann diese Bauvorhaben präsentiert hat, ein wenig daran zu denken, was ist aus dieser herrlichen Idee der Villa geworden, in der die Forschenden in Einsamkeit und Freiheit sich der Wahrheit widmen sollen. Aber inzwischen hatte sich und jetzt schreiben wir aber schon das 15. Jahrhundert hatte sich von den europäischen Kathedralschulen aus ein neues Bildungsmodell neben die alte Akademie gesetzt, nämlich die alte Europäische Universität. Die stellt vielleicht das wichtigste Vermächtnis des Mittelalters an die Neuzeit dar und ging in mehreren Wellen in der Renaissance um das Jahr 1800 im preußischen Neohumanismus und wieder im 20. Jahrhundert durch Phasen der Reformation und der Neugründung. All diese Institutionen haben eines gemeinsam, nämlich dass sie eine andere Art der Zeitordnung pflegen. Akademien wie Universitäten waren ja Brutkästen, in denen langsame Bildungsprozesse beheimatet waren. Im Mittelalter musste ein Studiosus der Magister der Theologie werden, wollte erst einmal sechs Jahre ein anderes Fach belegen, nämlich Philosophie. Es folgte ein Bibelstudium, ein Autorenstudium von neun Jahren. Und wenn ein Student 15 Jahre lang gelehrig gearbeitet hatte, wurde er für eine höhere Laufbahn in die engere Wahl gezogen. Wer also eine akademische Institution betrat, durfte es mit seinem Bildungsprozess niemals eilig haben, weil die alten europäischen Einrichtungen einer Idee Tributs zeugten, die heute weithin vergessen zu sein scheint. Der Idee der Reife. Shakespeare lässt dem King Lear eines seiner Figuren sagen, ripeness is all. Das ist nicht nur ein Motto der Shakespeare Lebensphilosophie, es ist auch das verborgene Grundprinzip der alten europäischen Universität. Und ich sage dies um Ihnen, jetzt renne ich mich wieder an diese Tausenden von Erstsemestern, um Ihnen eine gewisse Widerständigkeit gegenüber dem Ansinnen einzuimpfen, das heute von der ökonomisierten Gesellschaft an die jungen Leute herangetragen wird, dass sie nach kürzester Zeit mit vollen beruflichen Kompetenzen und mit einem zeitgemäßen heißhungrigen Ehrgeiz auf die Bühne des Arbeitsmarktes erscheinen müsste. Das ist mit dem Geist des Ortes, an dem wir uns hier befinden, nicht kompatibel. Und auch wenn es nicht ganz meinem Dienstauftrag entspricht, ich sollte ja die jungen Leute eigentlich darauf einschwören, die Hochschule möglichst nach sechs Semestern, spätestens nach acht, wieder zu verlassen, möchte ich sie in aller Form daran erinnern, dass sie hier nicht nur die Chance, sondern auch die Pflicht haben, sich Zeit für ihren eigenen Werdensprozess zu nehmen. Und wenn sie sich im Raum der akademischen Heterotopie aufhalten, dann sind sie an einen Sprachen, Zeichen und Bildersturm angeschlossen, der aus großer zeitlicher Tiefe kommt. Und es ist daher wichtig, dass sie eine eigentümliche Umorientierung ist erlebens entwickeln. Hier soll nämlich historischer und sachlicher Sinn sich nebeneinander entwickeln. Sie sollen das Gefühl bekommen, dass 2000 Jahre alte Themen ihnen wie zeitgenössisch erscheinen und zeitgenössische Themen wie 1000 Jahre alt. Wenn sie diese empfinden, sind sie ein Homo academicus geworden. Sie haben dann diese schöne Deformation professionell entwickelt, an der wir unsere wirklichen Kollegen erkennen. Wenn sie als Theaterwissenschaftler das Gefühl haben, Eichelos sei ihr Kollege, wenn sie als Philosoph, als Naturwissenschaftler das Gefühl bekommen, Aristoteles sei ein Kollege, wenn sie als bildende Künstler das Gefühl bekommen, die ältesten Bildhauer, Phidias allen voran, sei ein Kollege. Wenn sie also dieses merkwürdige Empfinden entwickeln, dass alles, was Vergangenheit war, in eine gemeinsame Zeitebene, in eine Art virtuelle Gegenwartslinie eingerückt ist, dann hat ihre akademische Sozialisation zum Ziel geführt. Sie sind dann einer jener Menschen geworden, die Goethe die Wissenden genannt hat und wissend ist nach Goethe bekanntlich, wer von 3000 Jahren sich weiß, Rechenschaft zu geben. Und vielleicht entwickeln sie dann auch die merkwürdigen Symptome, die bei wahren Hochschulleuten sich gelegentlich manifestieren. Denn so wie das Daimonium in Sokrates innerem Ohr akustische Präsenzen ermöglichte, die andere nicht wahrnahmen, so können auch sie ein eigenartiges Gehör entwickeln. Ich erinnere Sie bei dieser Gelegenheit an diese schönen Samurai-Filme, die im japanischen Mittelalter spielen. Und wenn Sie sich richtig erinnern, da kommt es doch immer vor, dass in einer Ecke in der Küche, wo die Urnen mit den Ahnen stehen, plötzlich der Urgroßvater von oben her mit tiefer Bassstimme zu singen beginnt. Ich sage Ihnen voraus, dass auch Sie die Fähigkeit entwickeln werden, solche Gesänge zu hören, wenn Sie ordentlich studieren. Die Akademie ist ein Raum, in dem Sie ständig Totenchöre hören, wenn Sie das Gehör in geeigneter Weise üben. Und wenn Sie Glück haben, hören Sie an einem stillen Abend hier im Hause, der Hausmeister tritt gerade die Lichter ab, tatsächlich Platon in seiner Urne singen. Und dann wissen Sie, Sie sind im Innersten des akademischen Raumes angekommen und wenn Sie beschließen, ihn nicht mehr zu verlassen, so werden Sie zu einem Zeugen, einer Zeugin der akademischen Differenz. Danke sehr. Applaus